Heute am 23.11.23 kam es in Mannheim im Stadtteil Schönau zu tödlichen Schüssen in der Johann-Schütte-Straße. Gegen ca. 13.15 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Vor Ort stellte sich die Situation wie folgt dar. Ein Mann war mit einem Messer in der besagten Straße. Als die Polizei ihn aufforderte, das Messer niederzulegen, kam er dieser Aufforderung nicht nach. Auch der Aufforderung, nicht weiter auf die Polizei zuzugehen, kam er nicht nach, sodass die Polizei von der Schusswaffe Gebrauch machte. Die sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen waren vergeblich. Der Mann erlag leider seine Schussverletzungen.